Ein Riesengewinn, wenn wir jetzt eine vernünftige Wirtschaftspolitik hätten. Also Investitionen in die Bildung, mehr Lehrer, bessere Bildungskonzepte, keine spinnerten Bildungsideen. Hallo und herzlich willkommen zum Sommerspecial der Besseren Zeiten, Wagenknechts Wochenschau. Ja, wir haben ja jetzt auf allen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube gefragt, habt ihr Fragen, die ihr immer mal schon von mir beantwortet haben wolltet. Und die Resonanz war ja total überwältigend. Also ihr habt mir zigtausend Fragen gestellt, was ich wirklich ganz toll von euch finde. Natürlich kann ich jetzt nicht über 5000 Fragen beantworten. Also insoweit, wir müssen ein bisschen auswählen. Aber ich habe es ja alle gelesen und ich finde vieles interessant. Manches geht ja auch doppelt sicher auch, geht in eine ähnliche Richtung. Und wenn viele Fragen zu einem Thema gekommen sind, nehme ich das auf jeden Fall rein. Und deswegen fangen wir jetzt einfach schon mal an. Also Mr. Weidor hat auf Insta gefragt, wie ließe sich in Deutschland eine sinnvolle linke Wirtschaftspolitik gestalten? Na, ganz sicher nicht so, wie es die Ampel macht. Also mit links hat das sowieso nichts zu tun. Ich meine, wir hätten eigentlich schon, es wäre schon ein Riesengewinn, wenn wir jetzt eine vernünftige Wirtschaftspolitik hätten. Und das heißt für mich vor allem, wir müssen alles dafür tun, dass wir den wichtigsten Wohlstandsanker, den es in Deutschland gibt, nämlich die deutsche Industrie hier im Land, behalten. Was zurzeit die Unternehmen ins Ausland treibt, ist zum einen natürlich die extrem hohen Energiekosten. Gas ist immer noch viel zu teuer. Der Strom ist viel, viel zu teuer. Viermal so teuer wie in Frankreich der Industriestrompreis. Noch viel mehr im Vergleich zu USA und China. Das sind richtige Standortkiller. Und ich wundere mich, dass die Industrie da nicht wesentlich stärker Sturm läuft. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die großen Konzerne sich leicht verlagern können und die kleinen und mittleren Unternehmen keine gute Lobby haben bisher oder zumindest nicht lautstark genug zu Wort melden. Also alles dafür tun, dass die Unternehmen hierbleiben. Das heißt auch eine vernünftige Bildungspolitik. Ihr kennt alle Fachkräftemangel, wird immer gesagt, wir haben Fachkräftemangel. Das stimmt sogar in bestimmten Bereichen. Also es gibt Bereiche, da sind einfach die Löhne zu schlecht und deswegen bewirbt sich keiner. Aber es gibt eben auch viele Bereiche, wo die Leute nicht mehr gut ausgebildet werden. Ich meine, wir haben Rekordzahlen an jungen Leuten, die die Schule verlassen und haben überhaupt keine Ausbildung, keine abgeschlossene Schulausbildung. Sie bekommen auch keine Lehrstelle, selbst wenn sie die Schule, meinetwegen die Hauptschule abgeschlossen haben. Also Investition in die Bildung, mehr Lehrer, bessere Bildungskonzepte, keine spinnerten Bildungsideen. Auch das gehört zu Wirtschaftspolitik, zu vernünftiger Wirtschaftspolitik. Und natürlich, klar, wir müssen was dafür tun, dass die Gesellschaft nicht immer weiter auseinanderdriftet. Also sprich, wenn die Gewinne boomen, bitteschön, dann müssen die Löhne steigen und nicht sinken. In den letzten Jahren sind sie massiv gesunken. Das kann nicht sein. Und letzter Punkt zu dem Thema, da wäre noch viel zu sagen. Also diese Mindestlohnerhöhung um 41 Cent, das war eben eine Schande. Weil das heißt, dass gerade die, die sowieso schon die schlechtesten Löhne haben, jetzt in den nächsten Jahren weitere Reallohnsenkungen haben werden. Weil die Inflation liegt halt bei 6 Prozent. Und wenn dann der Mindestlohn um 3 Prozent steigt, dann heißt das, die Leute haben noch weniger in der Tasche. Also gute Löhne, ganz wichtig. Aber eben auch Standortbedingungen, die den Unternehmen das Leben leichter machen und es nicht ihnen immer schwerer machen, sodass viele aufgeben müssen oder eben über Verlagung nachdenken. Das erleben wir zurzeit. Und das ist wirklich das Ergebnis einer völlig katastrophalen Ampelpolitik, die hoffentlich bald abgewählt werden kann. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du weitere Inhalte von mir sehen möchtest, abonniere gerne Politik im Fokus und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst. Das vollständige Video mit allen Details und weiteren spannenden Informationen findest du in der Videobeschreibung unten. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis bald, deine Luisa